Man sollte mich wählen, da ich Erfahrung in einem Wirtschaftsunternehmen habe und zehn Jahre erfolgreich gearbeitet habe im internationalen Chemie- und Anlagenbau und deswegen aus der Praxis komme und diese Erfahrungen in den Bundestag einbringen möchte. Ich möchte für Sie in den Bundestag, weil ich als berufstätige Mutter mitten im Leben stehe, die Probleme kenne und somit einer von Ihnen bin. Ich bin ein Mensch aus der Mitte, nicht vorbelastet und bin vor allem authentisch und ehrlich, was ich sage, dazu stehe ich auch. Weil ich überzeugt davon bin, unseren Wahlkreis, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Wahlkreis in Berlin vertreten zu können und eine laute Stimme zu sein. Als junger Mensch traue ich mich aus alten Fahrwassern rein in neue Fahrwasser, kombiniere mein Wissen aus meiner Tätigkeit im Landtagsbüro und meine Praxiserfahrung im Rettungsdienst und das bringt neuen Schwung in den nächsten Deutschen Bundestag. Sie sollten mich wählen, weil ich jung bin, frischen Wind in die Politik bringe und die Anliegen der Bürger tatkräftig unterstützen werde und nach Berlin bringen werde. Hier ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, bin fest verwurzelt, lebe mit meiner Familie hier, bin von Kindheit an in Vereinen und Organisationen aktiv, ehrenamtlich engagiert, bin ehrenamtlich in der Kommunalpolitik als Stadtrat meiner Heimatstadt Neusses tätig gewesen, bin dann Bürgermeister meiner Heimatstadt gewesen und bin jetzt seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Es sind vor allem diese Erfahrungen und die Begegnungen mit all den Menschen, die ich einbringen kann, die ich in der Vergangenheit eingebracht habe und um sehr viel zu bewegen für meine Heimatregion und das will ich sehr gerne auch in Zukunft tun. Man sollte mich deswegen wählen, weil ich aus der breiten Bevölkerungsschicht komme, kenne sämtliche Schattenseiten und sämtliche schöne Seiten des Lebens und habe einfach auch so ziemlich alles Mögliche mitgemacht.